Acht verschiedene Übungen zum dynamischen Denen. Lupit. Bei dieser Übung geht es darum, die Beweglichkeit der Adduktoren und Abduktoren zu verbessern. Und zwar heisst es Achterschlaufen. Und zwar probieren wir auf einem Bein zu stehen und ein Acht zu zeichnen in der Luft. Das ist auch noch ein bisschen Balance oder auch indem wir das Bein anwinkeln und dann das Bein wechseln. Probier's auf!